19. März 2019 22.47 der MBC sendet ein deutliches Lebenszeichen der Basketball-Bundesligist-Mitteldeutscher BC hat im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen Sieg gefeiert. Der Klub aus Weißenfels gewann 86 zu 83 gegen die Gießen 46er und schloss damit nach Punkten zu den Nicht-Abstiegsplätzen auf. Bester Werfer der Gastgeber war Alexander Marelia mit 16 Punkten. Bester Werfer der Gastgeber war Alexander Marelia mit 16 Punkten.